hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft mit dem kubus und dem schnittchen ich hab drei flasche whisky auf jetzt geht es los ich überrenne dich mal eben so warte mal auch guck mal hier steht der horst hugo hanswurst genau sollen wir das mal mit den namensschildern probieren ich muss sowieso mal eben hier mal ich wollte mal eben noch ein tor machen ein tor ein tor ich mach noch ein tor ist hier viele kisten was ist los ja tor hast irgendwas von umgebracht also er ist klar die ich hab wieder keinen platz im inventar aber er hat das problem kennt auch guck mal wir haben noch hier das problem durch die stung stein ein paar schau wieder ja das kenne ich allerdings ich muss mal eben die schwarzbrüder räusche sowieso nicht er braucht man keine mehr halt was machen wir eigentlich mit dem schwarzeichenholz wo bist du du ich komme auch hoch weil ich brauche was ich brauche es jetzt sofort ich brauche dringend scheiße ich suche die stufen sind sie denn die brauche ich brauche ich brauche doch nicht ich bin weg ich muss mich auf den Arm ne ich ach ja ich war wieder total verwirrt verwirrt das bist du öfter danke das ist überhaupt kein Problem ich mag dich doch auch nein ehrlich ich dich noch viel mehr so jetzt ist Schluss jetzt sagst du nichts mehr da hab ich mich noch verbaut weil du mich total aus dem Konzept bringst dir ach das ist so schlimm ach guck mal ein gebratenes Hühnchen ich hab ein Hühnchen gefunden so jetzt muss ich das hier abreißen die beiden Öfen hätte ich dann bestückt so wo ist unser Tor wo ist der Tor wo ist der Tor Tor sag ich doch Deutschland ist Weltmeister ja so jetzt haben wir ein Doppeltor Deutschland ist Weltmeister ja im Tore schießen so Delle ja obwohl also jetzt mal ganz ehrlich ne also ja Ronaldo und ähm von wegen Fußballer und ach so ja Fußball des Jahres ja Ronaldo ja ja weiß ich auch nicht das fand ich ja schon irgendwie so ein bisschen daneben oder ja wenn man weiß wer das macht ja das ist irgendwie also ich will es ja jetzt nicht beschwören aber man bekommt den Eindruck sagen wir es mal so ähm der Titel ist gekauft oder beziehungsweise ja da sind ja Leute man darf es ja nicht vergessen da sind ja Leute am Werke ja fuppe 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 warte ich bin hier gerade am machen das geht nicht nur weil wir Weltmeister sind heißt das ja nicht dass jetzt unbedingt äh Manuel Neuer auch da hier sag mal Fußballer des Jahres werden muss aber ich finde so wie der gespielt hat ja der hat ja nicht nur einfach im Tor gestanden nee nee aber das interessiert keinen ja das finde ich schon das hätte man ruhig würdigen dürfen meiner Meinung nach ja ja das glaube um das zu bauen was wir bauen möchten ist das hier noch zu klein und außerdem habe ich hier gerade Wasser entdeckt das ist gut ich brauche jede Menge Wasser weil irgendwie einfach mal hierhin kannst du mal mit drei Eimer bitte kommen hier und das ist jetzt nicht dein Ernst ich wollte mal endlich anfangen jetzt hab zwei Eimer warte ich habe zwei Eimer warten jetzt geht es installed man weiß es nicht müssen ja обнаруж auf dem Weg ich meine man ist ja ich versuche gerade mein Glück jetzt aber irgendwie bleibt es beim versuch ja es läuft nicht so wie ich das gerne hätte meinst du zwei einmal reichen wir muss jeden ernst du hast gesagt du hast auch einmal weiß überhaupt gar keine wirkung nein das muss da muss ganz viel wasser rein ganz viel ich habe zweimal wasser hier drauf gekippt hat tut sich ja überhaupt nichts ne tut es auch nicht was denn das für ein blödsinn ja das ist scheiße irgendwie es geht die sonne wieder unter zombies kommen wir uns besuchen so haben wir nicht noch irgendwo einmal wir brauchen mehr einmal ganz eindeutig wird man ja du bist ein ganz braber kleiner karl-heins kommen wir hier rüber und hilft dem mutti mal wenn die jetzt gleich kommen ne junger mann ja wir müssen gucken wir müssen gucken kommen hier ist auch noch ein eimer müssen wir gucken ja wir müssen gucken dass das anständig läuft weil das ist sonst alles kacke ich muss das hier wieder wegnehmen kommit und ich wundere mich schon warum ich nicht mehr laufen kann vielleicht hauen wir uns einfach mal ein bisschen was hinter die binde binde egal ihr wisst was ich mein laufschnitt kann ich nicht hier aus unserem er kommt nicht mehr raus er kommt nicht mehr raus er hängt im wasser hast du einen gefangen ja ich habe einen gefangen aber er kommt nicht mehr raus mach's gut mein freund du wirst absaufen warum kommt der hier so hoch gehüpft ist mir sehr unsympathisch oh scheiße was hast du gemacht der hat mir voll ein getitscht der sack und ich habe hier wasser hingetan und irgendwie ist jetzt auf einmal weniger wasser hier fehlt einmal wasser ja warte ich mache das so wir müssen gucken einen eimer habe ich ja dass wir das richtig einfüllen hier hinten ist doch auch wasser damit das auch fließt ja ich weiß ich passe auf dass hier nicht wieder irgendwer mich überrascht meine 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 ich habe wasser so also das geht ja finde ich mit dem fließen so wirklich gut wohl nicht irgendwie kacka da kann ich kein wasser mehr drauf tun also hier läuft es hier vorne aber hier läuft nichts weg das finde ich doof ja guck mal hier ist so eine richtige so eine kleine kugel ne ich muss dann mal wieder wasser holen keinen zombies keine skelette keine creeper in der nähe das ist gut ich wage mich mal eben schnell ins wasser und ich guck mal ob ich das hier jetzt hinkriege ja da habe ich auch schon 100 einmal reingekippt so aha jetzt läuft es doch von ein eimer noch so das ist schon mal ganz okay dann nehme ich jetzt noch ein bisschen weg so da läuft es jetzt auch aber die falsche richtung es läuft die glücklichen den berghoch oder was die falsche richtung ich habe da drei einmal wasser reingetan da tut sich nichts ist denn das für kack woher kommt das weißt du das ich weiß das noch nicht versuchst du ein gründen ich werde ich versuche das einmal die schnitte die ist so schmutzig die muss auch unbedingt mal waschen baden waschen gehen 1 2 3 ich hab das schon wieder drei einmal reingetan da tut sich nix hätte ich ja voll für den popo und eigentlich wollte ich doch was bauen ich versuche mein glück hier aber da tut sich nix wenn ich hier unten wasser weg nehme ist ja lustig guck mal hier unten kann ich aus unserer wasserfalle aus unserer monsterfalle wasser wegnehmen ohne dass wir hier einen merklichen verlust haben oder kann ein zombie wo kommen in die falle ja genau und da hinten kommt noch mehr eine spinne und ein skelett wenn ich richtig geguckt habe geht runter ich glaube das eine unserer ratten abgestürzt das ist noch nicht tief genug wir müssen das noch tiefer machen soll ich den mal hauen nicht wieder raus katapultieren ja genau blub blub das ist irgendwie haben wir noch mehr hier oder macht der hier die ganze zeit die geräusche wir brauchen hier hinten auch ein golem da kommt ein creeper ich habe gesagt du sollst weg gehen halter war der hartnäckig so ich habe es getötet was es auch immer war heute mal da kommt noch ein zombie ich muss was essen ich mach mal derweil den zombie hier platt so aber das funktioniert nicht so nie irgendwie war das vorher besser nur halt eben dass sie dann rüber gehüpft sind scheiße da kommt schon wieder ein creeper verpiss dich also ich muss ehrlich sagen der verzauberte bogen war besser da ging schneller ja 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 okay lass uns mal zurückgehen jetzt hier schätze kind wo bist du oh scheiße und wimmels vor krippern toll leute ist nicht euer ernst ich habe gerade alles zugemacht macht euch mal füllen für fünf vom aktiver hatte ja ich so was wir bleibt da bleibt da und da hinten nur nicht mehr was los komm du sagst du sagst ein paar pünktchen okay 18 29 was ist da wo hier ist unser golem er könnte auch mal was tun wofür haben wir den angestellt den faulen sack die ganze zeit nur darum sie kannst du in der tonne kloppen du glaubst du wohnen nicht im ernst du golem ja da jetzt die spinne wunderbar jetzt pass auf die kann ja richtig fliegen geil hast du gut gemacht reihe mit dem haus damit der sich kaputt ich habe den nicht schlagen ich habe die nicht geschlagen ja warum habe ich dann einen abgefickt die ist alles voller spinnen und 1 und skelette allein spielte kommen das ist noch mal kloppen Oh, ein Creeper. Vorsicht. Neben dir. Scheiße. Weg, du blöder. Scheiße. Duft, 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 duft. Ja, ich hab's geschafft. Hast du gut gemacht. Boah, wir müssen uns am Gulen helfen. Das sind zu viele hier. Warum steht der denn hier so blöde rum? Hau ab. Boah, ich komm gar nicht an die dran. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt. Gut gemacht. So, hinten ist noch ein Creeper. Den hol ich mir eben. Ja, komm, du kleiner Scheißer. Ach, da liegt der Baum. Hab ich gar nicht gesehen. Da hab ich dich voll gekillt, du kleines Popoloch. Okay, das hätten wir auch noch geschafft. Es wird hell auf jeden Fall. Was sagst du zu unserem Tor? Das finde ich sehr schön. Ist okay, ne? Ja. So, zwei Golems haben wir hier. Was wirklich gut ist an den ganzen Skeletten? Ja. Du kriegst mal in Pfeile, ne? Jede Menge sogar, ja. Du siehst gut aus. Danke, du auch. Du hast 20 Stück im Fuß stecken. Warte mal, ich guck mal eben. Oh ja, und im Hals sehe ich gerade. Im Hals, das auch welche? Ja, ein. Aber das reicht ja auch. Jetzt merke ich's. Was? Achso, ja, ich wollte ja ursprünglich hier rein. Warte mal. 5,64 Steine. Warte mal. Puff. 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 Guck mal, jetzt sind sie beide hier. Hast du die Öfen bestückt? Ach, du machst das mit den Schildern? Ja, ich versuch das mal. Okay. So, hallo. Nein. Will er nicht? Nein. Nein. Rechtsklick, oder? Ja, normalerweise. Alter, hab ich mich erschreckt. Oh, boah. Ein Enderman, der hat den Platz... Nee, doch nicht. Aber er hat ihn angegriffen. Er hat sich weggebeamt. Ja, was macht der hier? Feige Kimme. Der andere Golem will auch kein Namensschild. Nee, dann geht das wahrscheinlich nicht. Dann war das eine Fehlinformation. Das finde ich ja voll doof. Juhu. Wem kann man denn... Ich wollte gerade sagen, hier fehlt Erde. Das waren die Creeper. Der Golem ist wieder auf der... Die Creeper waren das. Wofür sind denn die Namensschilder? Für Tiere, oder was? Ja, da kannst du... Wie so ein Kanickel, oder wie? Ja, zum Beispiel... Nee, Kanickel kannst du so benennen. Ich weiß es nicht, ob du da... Ja, wenn man ein Pferd trämt, oder so vielleicht? Ja. Der ist noch nicht fertig, der Ofen. Ist der Ofen noch nicht fertig? Nö. Also können wir noch nicht anfangen mit unserem Bauvorhaben. Doch, 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 doch. Ich habe ein, zwei, drei, 64er und einmal 20 gebrannten Steinen. Okay. Ich muss so ein paar Steinchen abhaben, oder soll ich schon mal anfangen? Äh, ich muss eben mal hier das ausbessern. Gut, dann fange ich schon mal an. Warte mal, ich gucke mal, dass ich noch ein bisschen Nachschub hole und hier rein tue. Ja, hier sind noch ein paar Steinchen. So. So, ich muss mal hier alles verknallen, was ich hier so hab. Was hast du gesagt? Verknallen. Verknallen, okay. Ja, damit das mal anständig wird, so. Weil wir sind schon wieder... Sag nicht, wir sind schon wieder drüber. Ja, wir sind schon wieder super in der Zeit. Also es geht so nicht weiter mit uns hier. Ja, es ist schon schlimm. Wir kommen nicht dazu. Mehr kann ich nicht mitnehmen? Verdammte Hacke nochmal. Dann geh ich mal eben die Öfen bestücken. Mach die Tür auf. Okay, wo bist du denn jetzt? Ich bin bei der Bäckerei und werde jetzt die Öfen bestücken. Okay, dann stück du mal die Öfen. Ich mach mal eben, weil es ja hell ist hier oben, die Mauer fertig. Weil das geht mit Türen. Ich wusste es. Hier ist ein Creeper. Scheiße, ich muss abhauen. Echt? Ja. Das ist uncool. Der verfolgt mich. Ich tu mal das Wasser weg. Das brauchen wir ja nicht mehr, oder? Boah, was hält der aus, der kleine Sack? Komm hier hin, ich töte dich. Ich habe ihn getötet. Das hast du gut gemacht. Dammte Saubacke. Da hat er sich hier hinten versteckt. Ich glaube es nicht. Doch, das kannst du glauben. Das sind ganz hintertrotzige Viecher. Jetzt bist du entsetzt. Ich bin total entsetzt, mir fehlen die Worte. Ja, ich merke das schon. Das ist, äh, das geht gar nicht. Nee. Diese Schweine backen, du. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss das hier sicherer machen. Das geht nicht. Mal gucken, ob ich das so hinkriegen tu. 1, 2, 3, 4, 5. So, das ist so. Dann müssen wir noch gucken, wo wir dann, hier mit unserem Gebäude, 1, 2, 3, okay. Das braucht ja auch eine Tür. 1, 2, 3, 4, 5. Guck mal, ist das gut so positioniert, oder hättest du es gerne? Ui, einmal im Wasserfall. Yeah. Okay. Wie kommt man denn wieder aus dem Wasserfall raus? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da habe ich mich verzählt. Ich komme hier nicht mehr raus. Das kann ich dir nicht so genau machen. Doch, ich bin raus. Doch, wunderbar. So, ich habe es geschafft. Oh, das sieht gut aus. Aber wieso habe ich denn jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann müsste ich hier. Du musst aber irgendwo einen Eingang lassen. Ach, hier. Du musst irgendwo einen Eingang lassen. Ja, weiß ich, Schätzchen. Das habe ich ja gefragt, aber... Hier machen wir den hier vorne. Mir redet ja keiner. Hier vorne. Guck mal, ich habe mich hier glatt verbaut. Ja, wir müssen mal eine Tür haben, ne? Eine Tür brauchen wir. Ja. Eine Tür. Die darfst du machen. Ja, die machen wir dann in der nächsten Folge. Weil... Hier vorne hin? Ja, nach vorne hin. Na gut. Wir können... Ne, mach mal wieder einen Stein rein. Wir machen die hier vorne hin. Hier ist besser. Wir können das auch noch ein bisschen versetzen, wenn du willst. Ne, das ist cool. Das ist cool so. Dann können wir nämlich hier unsere Mauer ziehen. Genau, so da hinterher. Dann kann ich die hier so... Warte mal. Dann kann ich die hier so ungefähr ansetzen. So hier, so von hier. Guck, so. Einfach hier normale... Boing. Ich mach jetzt. Du... Oh. Ja, das machen wir so. Das ist cool. Ja, das ist schön. Oh, Stein alle. Augenblick. Nachschub. Hast Nachschub? Hab ich, ja, ja. Äh, ja. Ich hab keine Probleme. Aber ich überlege... Ja? ...ob wir vielleicht den Untergrund mit Holz machen. Ja? Hm? Ich dachte, das Holz dann irgendwie... Kacke. Später. Aber wir können das auch austauschen. Das Problem ist nur, wenn man die Steine jetzt hier kaputt macht, dann hast du wieder einen normalen Bruchstein. Ne. Eigentlich nicht. Doch? Nein. Natürlich. Doch, stimmt. Ne, du hast recht. Entschuldigung. Hm, haben wir schon oft genug mit gebaut. Ja, lass uns das in der nächsten Folge machen, weil wir sind echt wieder drüber. Auf jeden Fall haben wir die Grundmauer schon mal stehen. Genau. Und ohne den Ofen, die Ofen laufen alle wie bekloppt. Öfen. Die Ofenöfen. Die Ofenöfen. Öfenöfenöfenöfenöfenöfenöfenöfen und wir haben Goldblöcke. Wir haben Goldblöcke. Ja, einen hat ich gemacht, weil ich dachte, man könnte einen Golem auch aus Gold machen. Achso, ja, okay. Aber dem war ja nicht so. Nein, dem war gar nicht so. Nee, war nicht. Okay, dann bleibe ich jetzt hier oben auf der Mauer stehen. Und benehmst dich einfach. Genau, benehme mich einfach und hoffe, dass ich nicht versauere. Nein, du versauerst schon nicht. Okay. So gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin. Sagen wir, auf Wiedersehen. Wir singen. Tschüss. Tschüss.